Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Sommerland. Da sind wir auch wieder diesmal mit einer größeren Runde hier. Da seht ihr so Schnippen, Jungs. Die ganzen Hüppelkästchen. Der Taros, der Erik, der Benni, der Tobi, der Dennis. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Den Günther, den Peter. Ja, dünnchen. Morgen Freeman ist auch dabei, ne? Der Walle ist natürlich auch dabei, mit seiner Pimmelnase. Abo. Ich habe ja gerne Pimmelnase. Doch, ein bisschen schon. Ja, naja. Mein Helm ist doch keine Pimmelnase. Natürlich. Ich möchte einen Pimmel im Gesicht hängen, Walle. Vor allem, der Pix vernünftig aussieht, oder? Der Pimmel geht genau auch zum Mund über. Da stehen die alle sofort hin. Guck mal, der Taros hat auch eine Pimmelnase. Ich habe keine Pimmelnase. Zeig mal Taros, du hast eine Pimmelnase. Zeig mal, bleib doch mal stehen. Sascha, bleib doch mal stehen. Sascha, wir wollten deine Pimmelnase sehen. Sascha, Pimmelnase. Weißt du doch. Sascha, was macht er sich ein? Geh weg. Ja, eindeutig. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. So, hier. Könnt ihr alle gucken. Pimmelnase. Ja, du hast auch eine Pimmelnase. Aber er hat eine blaue Pimmelnase. Du hast nur eine normale. Ja, ich habe eine graue Pimmelnase. Boah, wie rassistisch. Das ist schon ein bisschen älter. Das ist alter, Alter. Das ist alter, Alter. Aber man sieht, ihr habt an der Feste weitergebaut, an der Burgruine. Und die sieht schon richtig cool aus, finde ich. Also echt extrem geil. Das sieht echt nach einer ordentlichen Ruine aus. Ja, das kenne ich noch von meiner Insolvenz. Da sah ich ungefähr genauso aus. Also jetzt. So vor drei Wochen oder so. Genau. Genau. YouTube klappt nicht mehr. Oh. Aber den Wassergraben macht ihr noch weg, ne? Also wir hatten das so vor, wir hatten das so vor, wir haben ja hier ein bisschen mit TNT gesprengt. Und so ist übrigens das erste Mal hier, dass auch, also dass man das jetzt so sieht hier bei dir auf dem Kanal, beim Tobi und so weiter. Nee, ist nicht das erste Mal. Nee, aber so den Baufortschritt jetzt mit dem zweiten Turm. Ja genau, den Baufortschritt, ja auf jeden Fall. Und wir haben das jetzt so vor, dass die Burg komplett einmal rumgeht, ja, also die Mauer geht auch hier lang und dahinten lang und dahinten lang, also vier Türme. Und der Wassergraben sollte eigentlich um die Burg herumgehen, deswegen werden wir den nochmal abbauen und den dann um die Burg herum bauen, dass das so ein bisschen besser passt. Und wir haben uns schon mega geile Ideen, mega, mega geile Ideen ausgedacht, aber die verrate ich natürlich jetzt noch nicht. Ja, das wird auf jeden Fall ein mega Langzeitprojekt. Ne Sascha, was sagst du denn? Drückisch. Sag doch mal mega. Wir wollen nämlich endlich den offiziellen Sommerland-Transen-Puff hier bei der. Ja, die zwei Pimmelnasen haben wir ja schon mal, ne? Ich bin die Puffmutter. Du bist so goldig, Junge. Guck mal hier, guck mal, ich hab den Mund auch immer offen hier, guck. Sag mal. Heidl traut dich gut, oder? Guck mal, wenn sie mich alle angucken, Alter, sind wir hier öffnen. Du bist aber ein großer Wend-Skin hat, der Heidi, ey. Oh, Benni. Da passt so ein Wend-Skin hat. Du kannst ganz viel rein. Bleib mal stehen, Heidi, ich kann den gar nicht richtig zeigen. Ich hab Domokuner-Skin. Dein dein hübsches Gesicht. Ja, Domokuner, kennst du den nicht? Bleib mal stehen, Heidi, dann kann ich dich mal zeigen hier. Wo bist du denn? Dass der Heidl traut, alias Mafuyu. Goldiger, Goldjungen, richtige Goldschatz. Richtige Goldschatz. Fliegen wir doch mal rüber zum Taros, der hat nämlich auch was gebaut. Abgesehen von dem Turm zur Orientierung. Keine Sorge, der kommt irgendwann wieder weg. Der hinten, meinst du, wo man hochgehen kann, ne? Ah, hier der. Nee, ich mein den, ja. Der, wo man hochgehen kann, der ist ja voll hässlich. Ja, ne. So aussieht wie Saratsaschen. Nein, wir haben eine kleine, ich möchte ganz kurz was sagen, wir haben eine kleine Community-Challenge gemacht, aber die können wir jetzt natürlich in dieser Aufnahme-Session nicht so beanspruchen. Wir haben gesagt, dass die Leute uns Drachen zeichnen sollen und so weiter und kleine Geschichten erfinden sollen, warum denn hier so ein Lava-Fluss ist. Weil wir wollten hier oben, wo der Taros gerade steht, einen Drachen bauen. Oh, ihr müsst bei der Treppe noch Treppenstufen machen teilweise, ne? Mhm. Kommt alles noch. Also deswegen. Aber es sieht super aus. An alle, die da fleißig waren, wir werden da bestimmt immer noch drauf eingehen, aber nicht in dieser Aufnahme-Session. So, wollte ich nur gesagt haben. Genau, Drachenzeichen ist immer gut. Finde ich eine super Idee, weil ihr wolltet ja, ach, das darf ich ja gar nicht verraten, doch, kannst du ruhig verraten. Dass ihr einen Drachen bauen wolltet oder so? Genau, der soll hier oben hinkommen. Der soll das Feuer spucken praktisch hier. Soll mega geil aussehen. Ne, Mann, ne? Na, da oben auf dem Berg? Hm? Ah, das erinnert ein bisschen an Smaug, weil das wird ja eine Zwergenmine da drunter. Genau! Salat zuerst verstanden. Schmaug, Alter. Wir haben vom Sarraza eine Predigt gehalten, Predigt bekommen. Wir dürfen keinen TNT benutzen. Ich hoffe, er hat niemals die Folge gesehen, wie wir die Zwergenhöhle dann gebaut haben, Sascha. Doch, wir dürfen TNT benutzen, habe ich nie gesagt. Ja. Nur am Obergrund halt nicht, ne? Am Obergrund? Genau. In der Oberfläche so. Also jetzt keine Krater überall in die Welt reinstecken. Benni, ey, was ist los mit dir? Dieser Lava-Dings denn? Alles easy. Alles easy, Mann, easy. Ich gucke mir gerade euren Lava-Wasserfall an, das ist ja auch heftig. Oh, Dennis, du brennst. Ich bin für dich Feuer und Flamme. Ich spare mir den Spruch jetzt, du weißt ganz genau, welch ich nicht mein. Brennst vor Leidenschaft. Ich sag nur, wuh, wuh. Oh, hallo, Erik. Guck mal hier, der hat auch den Mund dabei. Das ist schon ganz schön geil hier dran. Erik hat voll die Pornostimme, Alter. Oh, da kommt auch noch der Benjamin. Ach, nee, nee, da geh ich. Nee, mit dem ich nichts mehr zu tun habe. Am Rumschwule. Und jetzt kommt der Sarraza, jetzt wird es richtig heiß hier drin. Was ist denn jetzt los? Wann kommen die Nasen-Menschen? Die Nasen-Menschen. Was soll das denn? Die Einwohner. Ja, und wir müssen heute eigentlich weiter an dem Schiff basteln, oder? Dann sag mal das schon. Ja, ich hab den auch gar nicht gesehen, weil ich wollte nicht spoilern von eurer Welt. Ja, komm mal rüber. Kannst du mal angucken. Die flattert den mal hinterher. Einfach mal hinterher flattern, wie Batman. Wir sind natürlich jetzt sehr nah aneinander, die Gebäude, ne? Teilweise ist es ein bisschen sehr nah, na egal. Ja, also die Zwergenmini und die Burg gehören indirekt zusammen. Da wollen wir noch gucken, was man da machen kann. Ne, Sascha? Sarraza. Sarraza, so ist es. Guck mal hier. Sieht doch schon geil aus hier drin, jetzt. Oh, nice, was ist das denn, Alter? Das sind ja unsere Piratenschiffe mit der Piratenhöhle und so. Oh, und hier sind die Besatzung. Cool. Die wollen die, Sascha. Was? Chantal. Kalenta. Hey. Sag mal, sag mal, Dennis, sag mal. Was denn, Tobi? Das war ich gar nicht. Komm mal runter, ey. Ey, Tobi, man kann doch überall das denn da. Komm mal runter auf den Brunner. Alter. Ey, warum ist denn hier noch Wasser drin? Wo kommt das her? Benni, verrät's gerade meinen Geheimgang. Nee, der ist hier unten. Stimmt gar nicht. Jetzt hab ich ihn verraten. Scheiße. Alter, kommt doch mal auf, Benni, die Löcher reinzuhauen. Ist dir mal aufgefallen, dass in jedem Minecraft-Let's-Play mit dem Tobi, er mindestens immer ein Geheimversteck hat. Ja, natürlich. Aber die muss man ja auch eigentlich im Let's-Play zeigen, weil das ist ja die Belohnung für die Leute, die das Let's-Play schauen. Wo ist der Geheimgang? Komm, Tobi, zeig ihr mal. Hier unten. Also es ist kein Gang, aber es ist halt so eine geheime, ne? Hier unten so. Jetzt bin ich neugierig. Oh, wenn er dann runtertaust. Jetzt bin ich neugierig. Guck mal, guck mal, guck mal, Walle. Oh, ja. Nice. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Alle in die Ecke rein, Alter. Ey, weil hier erst so an, das wäre klar. Feierlich ist, weiß ich aber auch nicht. Beim Tobi ist Hausverkauf. Wer ist das denn hier? Was ist das denn? Haben wir schon ein Kind gekriegt, oder was? Gronkh, bist du's? Aber hier ist doch auch noch eine Schule. Wie eine Schule, weißt du? Alle auf einen. Wieder einfach nur zusammengeschlagen. Alter, könnte man ein bisschen aus meinem Bild gehen. Vielen Dank. Du warst nicht so dumm, als ob du das nicht magst. Ich versuch's jetzt halt hier ein Feuer wegzumachen, aber es geht nicht. Wie geht das? Ich hab Feierwürg in Hand. Ich hab Facken gesetzt gerade. Ja, das geht nicht so leid. Manu. Das Schiff sieht schon echt cool aus. Da fehlt noch der Mast, Freunde. Wer baut denn das Schiff? Wir bauen das zu dritt. Ja, also eigentlich zu zweit, weil ich ja kein Schiff bauen kann. Alter, du hast zusammen. Da fehlt noch ein bisschen Platz nach oben, oder? Komm mal, da reingehen. Das muss ganz schön groß werden. Oh, Dennis. Oh, hier sind wir dran. Oh, Tobi, Tobi. Oh. Nimm mal die Tür nicht, Tobi. Ticken flach. Oh, warte mal. Vielleicht machen wir sogar zwei Mäste. Komm da. Ähm. Sag mal. Der Mast so genug. Das wohnt jetzt hier. Nein. Wie heißt das Schweinchen denn? Ey, du hast ja noch ein... Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen ausräumen, glaube ich. Nach oben? Ja, der Erik hat recht. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen ausräumen, sonst wird der Mast zu... Der Berg hört... Ja, ich glaube. Guck mal. Ja, da müssen wir mal gucken, wie weit der geht. Aber ich glaube, noch höher können wir nicht, ne? Da ist er vorbei. Wegen der Ausfahrt, ne? Ja. Dann müssen wir das hier auch abmachen, leider. Sorry. Muss alles weg. Oder es wird eine Schiffsruine. Wollen wir nicht einfach hier alles schrecken? Nee. Der Tobi fängt nochmal von vorne an. So geht das, so geht das. Finde ich gut, wenn der Tobi bei null Nummer anfängt. Ja. Ja. Wir machen einfach ein Zweimaster, dann ist das realistisch. Zeig doch mal, was du bisher gebaut hast, Tobi. Ich habe das noch nicht gesehen. Nee, nicht? Komm mal mit, komm mal mit. Komm, wir verschwinden mal gerade im Wald hier. Oh, ja. Forest? Dump? Ja. Achtung? Hier ist auch Lava. Baud SL? Guck mal hier, zwei Zweimaster würde noch gut zuhören eigentlich. Der goldene Mann ist hinter dir. Der würde allerdings eigentlich nicht mehr logisch aus der Ausfahrt rauskommen, so wie er ist. Es gibt nur einen Spalt. Das habe ich alles gebaut hier, ne? Die Bäume gab es vorher nicht. Echt? Ja, einen Spalt. Die sind so manövriert Profis, die würden da durchfahren mit eingezogenem Segeln. Ja, das sind auch Seemänner hier, die Piraten. Ja, oder man kann die Mäste irgendwie einklappen. Ja. Nein. Das würde aber auch knapp das Segel da zu machen. Noch voll nicht viel eigentlich. Das sieht aber nice aus. Oh, guck mal so noch. Oh. Wir dürfen nicht, sonst sagt der Walle wieder, wir schwulen rum. Ja, echt. Das ist ja echt, ey. Weißt du, Schogette, Schwulette. Schogette? Oh Gott. Schogette ist doch lecker, diese Schokolade. Das ist dein Anmachspruch in der Disco, oder was? Ja. LA Lifestyle, Mann. Ja. Ja, tatsächlich. In der Gegend, wo ich wohne, ist es eine ziemlich große Schwulen-Community, aber auch viele lustige. Ich muss sagen, ich hatte schon lustwürzige Leute kennengelernt. Ich habe eben gedacht, ja, der Dennis kommt mich vielleicht besuchen. Wolltest du Kölner Flair schaffen, oder was? Wolltest du Kölner Flair schaffen. Nee, also Spaß beiseite, liebe Freunde. Wir haben ja sowieso alle nichts dagegen, ob man schwul ist oder nicht. Kann ja jeder sein. Ja, Sascha, wir unterstützen dich. Jetzt kommt der schon wieder. Nee, wollte ich gerade mal ernsthaft ansprechen, weil wir uns ja oft drüber lustig machen. Ihr nehmt das Seine, fertig. Das sind ja aber keine bös gemeinten, böswilligen Witze oder so, sondern das ist wie, wenn ich jetzt einen Witz über den Dennis mache. Ja, den meine ich ja auch nicht böse Ernst oder so, sondern außer ein, zwei vielleicht von 20. Vor allem die sich auf Hunde beziehen, oder? Aber die sage ich ihm nicht. Die Hunde Witze. Nee, das sind ja keine Witze, Dennis. So ein braunes Säge machen, das ist interessant, die ist gut. Was ist das für ein Stoff? Was? Die Solomie-Farbe. Ja, das sieht so braun aus bei mir. Braun? Wegen der Colorierung. Wegen dem Licht hier vielleicht? Ja, wegen dem Licht, hm? Ja. Hier können wir dann eine Verbindung schaffen. Und darauf kannst du Zäune machen, das sieht ganz cool aus. Wollen wir die denn nochmal verziehen? Kennst du die Zäune hier hoch, Arsch, Walle? Äh. Tobi, sag mal, an wen muss ich mich wenden, damit ich Geld wegen der Kopperverletzung kriege? Kopperverletzung. Kopperverletzung? Kopperverletzung. Aber so ist geil. Komm hier so weg. Zwergfellkrebs. Bitte was? Erzähl mir mal ein bisschen kurz die Geschichte. Wie ist das Schiff in dieses kleine Loch hier gekommen? Du, da war eine Biene und eine Blume. Nee, die haben einfach die Segel eingeholt und sind da rausgerudert. Oder das Schiff hat zuerst da. Und der Mast, wer baut, was macht ihr denn da? Was soll das denn hier vorne werden? Was macht der Erik denn da? Soll das für das A-Team oder was? Dass du dann da durchguckst und da kommen vorne eine Kanon dran? Nee, das geht so groß, Alter. Was ist das? Das geht gar nicht. Da kommt Laser raus. Die Verschandlung. Echt, der ist ja voll hässlich. Wenn der Schock so anfängt, hier vorne Diamanten zu machen. Da kommt Laser raus, ey. Nee, das ist nur für den Bug, weißt du? Ja, aber eine Diamantspitze. Das soll quasi eine Galleonsfigur sein. Sind da Fehler, oder was? Nee, die sind super dekadent, die Piraten. Also, wegen Bug. Dennis, also, Dennis, nein. Das Segeln muss auch größer werden noch, ne? Ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen abbauen. Warte mal. Ist das nochmal eine Etage tiefer? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Nähbälle. Jetzt hast du mir auf eine Idee gebracht. Oh nein. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Ich finde, der Mast ist so nur ein bisschen zu klein. Ich hätte den echt gerne breiter. Shit, jetzt haben wir die Höhle echt ein bisschen zu klein, ne? Ja, wir können die noch ein bisschen größer machen. Das ist jetzt eigentlich, das ist doch voll das Toast jetzt. Toast? Dann soll das nach vorne gewölbt sein. Ja, ein bisschen muss der gewölbt sein. Aber hier ist ja gar kein Wind drin. Ja, aber trotzdem. Damit man die Segel formt. Warum ist der kein Reintröd? Ich kann ja hier Wind sein, weil hier oben ist ja auf. Und da unten ist ja auch ein großes Loch. Das kann ja sein, dass hier Durchzug ist. Verstehst du? Durchzug. Auch lieber, wir könnten doch auch die Wolle hier nehmen. Welche Kreaturen haben denn... Ja, das stimmt. Das passt zum Tobi. Schwulenwolle oder was? Hast du gerade gesagt, passt zum Tobi? Tobi, ich will nicht hetzen, oder was? Sag mal, Benni, was? Benni, redest mich doch nicht so. Der Benni ist halt auf Krawall gebürstet. Der Benni will das nicht. Wie die CSD-Parade, ne? Ich dachte, das gefällt dir. Tobi, ich will ja nicht hetzen, ne? Ne? Ja, ist schon... Hey, was spuckst du nur hier rum? Seitdem er allen den Arm bricht. Ich dachte gerade, was... Nachdem er allen den Arm bricht. Ah, da wart ihr, glaube ich, nicht dabei. Ihr seid so geil, ey. Machen wir es verpasst, ne? Sieht eben behindert aus, das Siegel, Leute. Ja, ne? Sieht aus... Ihr müsst das auf jeden Fall ausbeulen ein bisschen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal ganz kurz. Mach nochmal so. Pass auf, pass auf. Wenn du hier... Machst du denn? Warte mal. Wenn du jetzt hier noch ein Auge da machst und hier ein Auge und da unten ein grinsende Mund, dann freut sich das Siegel. Ja, aber warum machst du dir vorne eine graue Wolle hin? Was? Warum machst du dir vorne eine graue Wolle hin? Ne, die war ich nicht. Die war ich nicht. Was ist das denn hier für ein Stoff, der da hängt? War ich nicht. Sag mal. Was ist das denn? Ist das grau oder was? Oder ist das weiße Wolle? Sag mal. Irgendwie... Weißt du, die schwulen Orks, das ist ja unglaublich. Ja. 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 Also ich orte mich natürlich nicht. Orke mich. Ich wollte es gerade extra nicht bringen. Ist heute die Gay Edition, weil der Taros heute mitzockt. Ja, ja, ja. Ihr erinnert euch alle an den Taros? Ja, ich sag nur, der Liebesantrag an mich hier bei LPT, damals beim Valentinstags-Special. Ich habe es... Ja, ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich noch. Da habe ich nichts zu tun. Mein Gott, ey. Warum machst du das hier breiter in der Mitte noch so ein Viereck rein? Jetzt sehen die beiden Segel aber unterschiedlich aus, ne? Sieht auch ein bisschen bescheuert aus, das Segel, Leute. Wenn du von hier guckst, sieht doch kein Segel aus. Da finde ich das Segel vom Schiff bei Vespilan, finde ich, realistischer als das hier. Ich weiß nicht mehr, wie das aussieht. Ja. Ungefähr wie das hinter hier. Hm. Ja, das hier müsste vielleicht noch breiter sein einfach. Das Segel ist aber größer als das Schiff. Ja, ein Segel ist auch riesig, Alter. Segel sind riesig. Wenn du so ein großes Schiff antreiben willst... Florian, Segeleisen fliegt es dann und steuert es dann in die Welt. Oh, ein Segel ist. Ah, 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 ah. Ja, für das immer, wenn ein Flachwitz kommt, heben wir einen. Ja, ne, das wäre eigentlich eine schöne... Guck mal, das Segel dahinter, das habe ich so gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser aussieht, das kann ich echt nur schwer sagen, aber... Hm, ich finde, die Segel sind irgendwie... Nee. Ich finde... Nee. Ich finde, das Segel beim Schiff von Vespilan sieht besser aus. Das ist so gewölbt, weißt du, und die sehen aus wie so Kanonen eigentlich. Ja, guck mal hier, das Segel dahinter. Denke ich auch. Ja, das meine ich auch. Finde ich so gut aus. Guck mal, das Segel hinter dem anderen Segel. Ja, ja, ich gucke das gerade an. Das, finde ich, auch sieht irgendwie so... Hm. Ein bisschen kleiner, ne, auch. Also nicht so in die Breite hinaus. Ich kann dir erklären, aber das sieht irgendwie so... Wenn du jetzt hier einen Ausgucken machst, könntest du meinen, du bist auf Hot in Star Wars. Kennst du das? Ja, wir müssen hier vielleicht noch an der Seite ein bisschen was machen. Auf Hot? Ja. Auf Hot in Star Wars sieht das aus, Alter. Kinder, habt ihr noch nie gehört? Habt ihr noch die Star Wars gesehen, oder was? Die Episode 5? Nie, nie, nie. Sag jetzt da bitte was. Nee, Quatsch. Wachst du denn in der Kindheit, ey? Da hab ich das gesehen. Außer in den Ghettos. Außer Skateboard in den Ghettos fahren, ja. Ja. Genau, das hab ich immer... Wollen wir nicht mal nach Vespilan fliegen und das Schiff uns nochmal angucken? Weil das hat echt ein schönes, ähm, Segel, fand ich. Vielleicht machen wir das aber erst in der nächsten Folge. Ich glaube, wir sind schon bei der Zeit, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich möchte hier nicht rumkommendieren, Leute. Aber du hast recht, du hast recht, wir müssen an die Segel, müssen wir einfach nochmal ran. Also, da müssen wir echt Segel setzen. Dann an die Segel. In eine neue Welt. Ja. Oh Mann, ey. Komm, wir gucken uns trotzdem das Segel in Vespilan an. Nee, es ist doch voll der Spannungsbogen. Machen wir in der nächsten Folge, Alter. Oh, es ist voll der Spannungsbogen. Jetzt, weil die Leute sagen, so wie sieht das Segel denn aus? Gucken sie sich einfach eine andere Folge an. Tobi, jetzt nimmst du den ganzen Scheiß vorweg, Tobi, mit dem Hinweis. Du bist ein Arsch, Tobi. Na gut. Dennis, beleidige mich. Nee, bitte. Aber wir sind auch erst bei 18 Minuten. In den Kommentaren lese ich in letzter Zeit so oft, dass die Leute sagen, ob wir beide Beef haben miteinander, weil wir nächstes Mal miteinander aufnehmen. Möchtest du dazu schon beziehen? Ja, haben wir doch auch, oder? Ja. Du hast meine Mutter angefasst. Beef Jerky haben die beiden. Ach, Sarah, ey. Du dich da mal raus. Habt ihr auch jetzt Beef? Was hab ich hundert? Habt ihr auch ein Let's Eat? Kommt eigentlich ein Let's Eat? Ja, sag mal, kommt ein Let's Eat. Weiß ich nicht. Sarah, kommt ein Let's Eat? Sarah, wann kommt ein neues Super-Hummi-Video? Sarah, wann gehst du Fahrrad fahren? Sarah, wann gehst du Fahrrad fahren? Sarah, wann gehst du Fahrrad fahren? Ich hab noch nie ein Let's Eat gemacht. Sarah, wann gehst du Fahrrad fahren? Sarah, war ich schon. Ja. Aber ich hab ein eigenes cooles Fahrrad hier. Voll schön ist das. Sarah, geh mal dahin, wo der GTA war. Und wo der GTA war, durch die Stadt zu fahren und dann so mit dem Fahrrad rumzuliehen. Das macht richtig Spaß. Machst du auch immer so Stunts, wie du in GTA gemacht hast, in GTA 5? Natürlich, mit Nackenbruch und allem. Mit aber GoPro, eine GoPro ist auf dem Kopf, ne? Ja, stimmt. Das Segel vom Vespieladen sieht echt besser aus. Das hab ich schöner gemacht. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Aber das ist so ähnlich wie das, was ich aufgebaut habe. Hä, was ist das denn? Ne, das ist ja so ähnlich wie das, was ich gemacht habe. Und ich muss es tiefer ziehen. Wie hast du das denn gemacht, Benni? Wie bist du denn jetzt so schnell hingekommen? Aber das sind die Koordinaten rausgekommen, ne? Alter, Koordinators. Bah, Benni, was bist du denn für ein Streber, ey? Richtigter Typ, ey. Was bist du denn für ein Streber, Benni? Hier, komm mal her, Benni. Komm mal her, Benni. Benni. Komm mal her, Benni. Benni, komm mal her. Wieso sieht denn das Segel hier so schön aus? Ja, weil ich's gebaut habe. Weil wir's nicht gebaut haben. Weil ich's gebaut habe, sagt er, weißt du? Weil ich's gebaut habe. Der Sack hat gesagt, der kleine... Ja, aber das krieg ich nochmal hin so. Und dann fliegen wir in der nächsten Folge, machen wir dann die Segel vernünftig von dem Piraten. Wir haben ja viel gesehen, ne? War ja einiges zu sehen. So, liebe Freunde, bis dahin, ciao. Tschüss.